Hallo und Herzlich Willkommen. Heute will ich mal erzählen, wie mein DSL-100-Anschluss von 1&1 am Freitag, den 9. Juli 2021, geschaltet wurde. Vor dieser DSL-Schaltung hatte ich die schwarze FRITZ!Box 7530 AX alias 1&1 Homeserver Plus ja schon eine ganze Woche im Sofort-Start-Modus mit einem LTE-Stick in Betrieb. In dieser ersten Woche hat die kleine Schwarze das Internet mit einem LTE-Stick aus der Mobilfunkluft geholt. Das habe ich schon im letzten Video vom 13. Juli 2021 erzählt. In jenem Video gab es auch schon ein kleines Unboxing des schwarzen 1&1 Homeserver Plus und einen Vergleich zu der fast identischen weiß-roten FRITZ!Box 7530 AX. Im letzten Video habe ich auch schon das Vertragsprozedere erläutert. Damals konnte ich am gewünschten Standort leider nur eine DSL-100-Anschluss buchen, obwohl ich lieber einen DSL-250-A-Anschluss genommen hätte. Doch nun zur DSL-Freischaltung. Am Freitag, den 9. Juli 2021, kam gegen 12 Uhr ein Techniker, der mir DSL-100 auf das hellbeige Kabel rechts hinten an die schwarze FRITZ!Box legte. Die freundliche Dame aus dem 1&1 Call-Center hatte mir eigentlich einen Techniker der Telekom angekündigt. Bei mir erschien aber ein Techniker des Münchner Providers Mnet. Wir gingen zusammen von der Wohnung im OG, zwei Etagen tiefer, in den Keller. Dort wurde mir auch klar, warum jetzt Mnet und nicht die Telekom erschienen. Dort unten kommt nämlich Glasfaser von Mnet in das Gebäude herein, auf Englisch Fiber to the Building, kurz FTTB. Mnet ist eine Tochter der Stadtwerke München, kurz SWM. Die haben schon im Sommer 2012 sehr viele Keller im Stadtbezirk Auheithausen mit Glasfaser versorgt. Zurück im ersten OG schaute der super nette Mann von Mnet auf sein Argus-Messgerät am hellbeigen DSL-Kabel. Das Gerät attestierte der Leitung gegen 12 Uhr 3 ein PPP Profil 2 und eine VDSL-Netto-Datenrate von 100,000 Megabit im Download und 47,994 Megabit im Upload. Das Internet wird also mittels Lichtstrahl in einer Glasfaser bis in den Gebäudekeller transportiert. Dort unten werden die Lichtimpulse in Stromimpulse umgewandelt. Letztere werden durch die jahrzehntealten Telefonkupferkabel bis in die schwarze FRITZ!Box im ersten OG hinaufgeschickt. Am Ende dieser Kette funkt die FRITZ!Box das Internet dann per WLAN bis in die WLAN-Endgeräte weiter. Momentan wird für den Transport vom Keller bis in das erste OG noch VDSL genutzt. Mit etwas Glück wird demnächst vielleicht auf GFAST bis 600 Megabit modernisiert. VDSL und GFAST laufen alle noch über die alten, verdrillten Kupferkabel-Pärchen, die schon seit Jahrzehnten im Gebäude verlegt sind. So quetscht man die letzten Reserven aus den alten Telefonkabeln heraus. Auf Wunsch koennte ich aber auch Glasfaser vom Keller bis in die Wohnung legen lassen. Dann haette ich kein FTTB, sondern FTTH, sprich Fiber to the Home, also Glasfaser bis ins Heim, bis in die Wohnung. Für diese paar Meter Glas vom Keller bis zum OG müsste ich aber einmalig mehrere tausend Euro bezahlen. Zurück in die Gegenwart zur Schaltung am 9. Juli 2021. Nach einigen Minuten war der super nette Mann von Mnet wieder weg. Ich selber war dann auch mal eine gute Stunde weg. Gegen 13.30 Uhr wollte ich die Fritzbox dann von LTE auf DSL umkonfigurieren. Doch offenbar hatte 1&1 das bereits aus der Ferne automatisch erledigt. Bei einem Zugriff über WLAN meldete die schwarze Fritzbox nämlich. Internetanbieter 1&1 Internet. Verbunden seit 9. Juli 2021. 12.56 Uhr. Geschwindigkeit 97,7 Megabit down und 46 Megabit ab. Drei Rufnummern aktiv. Erstens, zweitens, drittens. Ich war ein bisschen verwundert, dass ich nun überhaupt nichts für die Einrichtung der Fritzbox tun musste. Vielleicht hat der Startcode ja gereicht, den ich schon für den Betrieb mit dem LTE-Stick eine Woche zuvor in die Fritzbox eingetippt hatte. Da fällt mir auf, ich hatte wohl bei der Erstkonfiguration des LTE-Sticks an der schwarzen 7530 AX eine Woche zuvor schon die automatische Einrichtung durch den Internetanbieter zugelassen. Die Leitungsinformationen werden sehr schön grafisch dargestellt, was man ja seit vielen Jahren schon von vielen DSL- und Kabelboxen aus dem Hause AVM so kennt. Die Entfernung zur DSL-Vermittlungsstelle wird mit 23 Metern angezeigt. Das ist schön kurz. Der Speed in Empfangsrichtung wird mit 99,99 Megabit angezeigt. Der Speed in Senderichtung mit 48,00 Megabit. In dieser Statistik sind erstmal keine Fehler in den letzten 15 Minuten erkennbar. Das können wir auch noch ein bisschen stärker heranzoomen. Das DSL-Spektrum wird Fritzbox typisch sehr schön grafisch dargestellt. Drei Rufnummern hat 1&1 automatisch in die schwarze Fritzbox 7530 AX eingespielt. Allerdings wurden bei Vertragsschluss fünf Rufnummern versprochen. Da muss ich mal schauen, wo die restlichen zwei Nummern geblieben sind. Ich telefoniere zwar extrem selten, und dann auch nur via Smartphone und Bluetooth-Headset. Aber zu Testzwecken wären die fünf Nummern halt schöner als nur drei. Ein Blick in die Systemereignisse zeigt, dass DSL an jenem Freitag, den 9. Juli 2021, schon ab 12.56 Uhr synchronisiert wurde, während ich noch in der Mittagspause war. Die weiteren Einstellungen der Fritzbox 7530 AX, alias 1&1 Homeserver Plus, sind nicht DSL-spezifisch, die muss ich hier nicht alle herunterbeten. Zur 7530 AX gibt es auch schon ein Extra-Video vom 15. Dezember 2020 mit vielen Fakten und Screenshots. Dort habe ich vor allem den WLAN-Durchsatz und die WLAN-Reichweite im Detail vermessen. Ein letzter Speedtest gegen 14.04 Uhr. Der Download lag mit 93 Megabit leicht unter dem versprochenen Maximum von 100 Megabit. Der Upload lag mit fast 45 Megabit sogar über der versprochenen Rate von 40 Megabit. Die Pingzeit war mit 26 Millisekunden gut, aber nicht so toll, wie ich das zwei Stockwerke über einem Glasfaser-Abschluss erwartet hätte. Ein letzter Wermutstropfen bleibt. Kaum lief das DSL-100 rund, habe ich auf der Website von 1&1 am 11. Juli 2021 gesehen, dass ich derweil auch DSL-250 just an diesem Standort für weniger Geld bekommen würde. Die Website von 1&1 behauptet jedenfalls, DSL-250 sei jetzt an meiner Wunschadresse verfügbar. Die ersten 12 Monate wären bei diesem DSL-250 wohl kostenlos. Die zweiten 12 Monate würden knapp 50 Euro pro Monat kosten. Da sollen sogar bis zu 8 Rufnummern dabei sein. Wenn ich nicht zu blöd zum Rechnen bin, dann würde mich DSL-250 innerhalb von zwei Jahren in Summe also knapp 600 Euro kosten. Das weitaus langsamere DSL-100 dagegen dürfte mich in zwei Jahren knapp 860 Euro kosten. Also drückt mir bitte die Daumen, dass ich den Tarif bei 1&1 noch auf DSL-250 upgraden kann. Bei diesem DSL-250-Tarif wäre zwar kein DSL-Router enthalten, aber die bereits gelieferte schwarze 7530 AX des DSL-100-Tarifes brauche ich sowieso nicht. Ich will an meinem neuen DSL-Anschluss, ja sowieso nur neueste DSL-Boxen, wie diese 7590 AX und weitere, so real und so maximal wie moeglich testen. Das war jetzt also Teil 2 meines Internetanschlusses von 1&1, und zwar mit DSL-100 hinter Glasfaser. Teil 1 war der Sofort-Start mit dem LTE-Stick. Dazu gibt es ein Extra-Video vom 13. Juli 2021. Bleibt zu hoffen, dass ich bald ein weiteres Kurzvideo über das Upgrade von DSL-100 auf DSL-250 nachschieben kann. Dann könnte ich die jüngste 7590 AX auch endlich mal direkt am DSL-250 testen. Von dieser 7590 AX habe ich bisher ja nur das WLAN intensiv getestet. Und auch nur hinter einem Kabel-1000-Anschluss von Vodafone. Das klappt über den blauen WAN-Port der 7590 AX zwar einwandfrei, dürfte aber trotzdem kein typisches Szenario sein. Das war's erstmal zu meinem DSL-100-Anschluss von 1&1. Wenn hier ein Experte zuschaut, der sich im Thema besser auskennt, oder sonst einen Fehler findet, bin ich für konstruktive Anmerkungen und Ergänzungen immer super dankbar. Aber auch sonstige Fragen, Kommentare, Erfahrungen mit Providern und Eure Meinung zu DSL von 1&1 bitte gerne in die Kommentarspalte. Ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.